hallo 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 ich hab noch keine rüste blaue mann hast schon wieder zu geführt getrunken tim jedes mal du bist immer blauer kann das sein ähm komm mal mit wuscheln alter meine fps hacken gerade 49 46 und da los okay ja so hallo hier am minecraft und so ne gut bei mir laufen so endlich die lanken die sind weiß und nicht mehr blau sehr schön da ist das ender gedöhnt komm mal mit komm mal hierher ja und weißt du was das ist ne die freshen boys haben wir den letzten tag schon wieder übers gebaut wo ich mal wieder gespielt hab den letzten tag und nur einen tag weg und schon ist irgendwie die ganze base anders neu und da hinten habe ich und georg in der mob farm noch gebaut hier ach so das ist ein solcher tank oder was hier unten einmal noch mit getreide farm und äh sugarcane und das fleischbraten und brat und so und da oben ähm aber ich hab keine energie kann es mal hoch fliegen da das lochle ach mal mob essenz boah alter leckt das bei mir äh echt bei mir so 300 250 200 warte mal äh aber hab ich doch eigentlich ich mach mal renner des tanks normal warte ich hab's auch jetzt hab ich's wieder flüssiger ja ist auch lustig dass der server nicht abspackt sondern mein computer abspackt jetzt hab ich auch noch nicht äh ja bei mir läuft es alles flüssig ja was ist denn hier der große tank ist das ender gedöhnt nein das ist der reaktor ach so läuft sieht ja geil aus äh der ender ist zum kühlen da und wenn du hier oben guckst das sind die drei zellen da tust du dieses jello ritreien und das verbraucht eigentlich äh wenig und ich hab mir jetzt ganz klein gestellt ich habe ihn noch nie angemacht weil wir noch nicht zum energiespeichern und so haben ähm da kannst du also einstellen wieviel du brauchst ach ja rf siehst du drin wieviel du hast hitze durch den ender ist das halt ziemlich kühl dann wahrscheinlich energy buffer und so und also wieviel rfs dort jetzt 10 millionen 100 millionen 10 millionen ja und da drüben hab ich äh also 10 millionen halt das ist du bist viel ja der produziert eigentlich auch gar nicht so schlecht und verbraucht nicht viel finde ich ähm hier hab ich das noch angeschlossen dann so also jetzt muss ich mir gucken irgendwie doch da sind ja noch die 50 er braucht irgendwie im jetzt einfach zu befüllen 50 braucht braucht er dazu ist halt ziemlich viel ja ja das war's schon das hab ich eigentlich letzte folge ich wollte doch letzte folge irgendwas craften ich hab vergessen ob ich es geschafft hab da ist man mal einen tag nicht da schon vergisst man alles schlimm oder ach hier guck mal die flüssigkeit die hab ich gefunden bei der cray guck mal da what aber wisse effekt ja ich weiß und nausia geht's ja und weakness nausia effekt ja ich pack die zwei deep storage mal noch hier an die ok so geht natürlich auch aber mein anzug läuft noch nicht ganz flüssig ok leu ist kein holz mehr da kein holz das holz ist alle haben die einfach mal ausgemacht also noch nie habt jetzt alle so hinge hee dann haben wir es vielleicht auch noch nicht keine ahnung hee hee ich bin verwirrt weiß ihr man, wir hatten noch gestern 20.000 holz oder vorgestern also wenn wir 20 kohle okay wir haben alles holzkohle gemacht das so dann brauchen wir die ja ach so vier dorn solarpanel stehen dann da noch die habe ich gefunden die potten und da was steht da was steht da ich muss hier noch eine neue bridge machen alter wie er einfach alles macht und wo ist das nicht aus wenn die query fertig gemeint hat großes loch wir mussten zwei anschließen weil die nicht mehr hinterher kann mit abpumpen es gibt ja nur ein item das gibt ja ach nee warte mal es gibt eins das macht schneller stimmt trotzdem das war's schon überhaupt nicht übertrieben viel oder so also einen tag oder so dass er dann zur zeit wird der pack spiel jetzt seit 18 uhr er ist ja okay ich stehe vor der query 150 fps ich gehe durch dieses dings 50 fps echt wort so krass ja im mai ist trotzdem ist es krass so muss nur kurz gucken was hätte ich in der letzten folge machen wollte ich hasse ist mein anzug leert sich da und der tag und so hat er stimmt ich wollte ja die diep storage machen so mache ich mir jetzt noch die paar busse bus oder wie viel qualz haben auch sehr schön okay so da können wir ja aber mal jetzt scharkohle diep storage uniten wenn wir davon so viel haben und koppelst und vielleicht welche macht das schon immer zu kompressed und so und nervt nach einer zeit ich muss erstmal alles wieder reinpacken ich brauchst du ja gar keinen import bus du brauchst den nur am anfang bei den deep storage units haben wir ja festgestellt weil der bus macht das eigentlich automatisch wenn du das priorisierst das tut halt zu sagen nur neues reinpacken aber erstmal zum füllen muss man dann halt erstmal aus dem system und das rauspumpen ja 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 ich hab jetzt auch gerade nicht zugehört ich wollte hier noch in meine antwort bestimmen ja ja da was brauche ich denn da ein lv und zwei servos auch immer kein quartz knife mehr da fuck doch hier da warte liegt in der anderen kiste um das links nicht vorzunehmen ja toll ist er fast kaputt alter super 2 x 2 us ist noch mega geil servus mach mal zwei stück so unser ikon ist natürlich auch alle naja tut mir leid ich habe gearbeitet what the fuck ist das viel tinohr äh leon übrigens hier ähm noch was was du machen kannst hier unten wenn du hier runter guckst siehst du kabel dieses glas faser kabel kommt vom reaktor das kannst du noch einschließen ist halt hv aber ja nur so als tipp das kommt hier unten irgendwo da da ist es interessant sagst du wo ist das eigentlich mit meinem suit warte ich komm nicht raus ich hab meinen jetpack hahaha kannst du mir mal warte hier ne muss ich meinen jetpack selber aufladen hey was machst du da ich komm nicht raus tja meine hand ist auch leer ich kann nix abmachen komm bitte ja was was soll ich machen paar steine oder so äh Moment Moment hm wo bist du hier also hier ist ein jetpack aber das will ich wieder haben oh danke ja klar du kommst dir nicht hoch du kommst dir nicht hoch du spruchst dich kaputt ja die sind beide leer ja ich hab dir eins zugeworfen das ist voll nö doch beide leer ja ich hab dir eins zugeworfen ja ich hab ein eigenes das ist leer ja ich hab dir grad eins zugeworfen das ist eigentlich toll hahaha auch keine mats warte ich hab nix ja wollen wir uns halt hoch warte geh mal weg geh weg du da kommt man aber auch nicht hoch ich schon ja nein Mann ich wär hochgekommen hier drüben ist das Bücherregal da können wir uns durchbuddeln da hast du nicht das Bücherregal kaputt oder was nein ha ich hab ihn außen gefunden ja so jetzt geh mal er ist mein voraus zu ich hab ihn gefunden da genau gar aber mein jetpack will trotzdem wieder haben äh das kannst du ja alter wie es rum hält entschuldige mich ich entschuldige ich muss jetzt mal kurz einfach mal auf fast grafik stellen und auf äh 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 bei dich bevor es die spawnen boah ja 80 fps sieht scheiße aus ich hab sogar ein texture pick drin ne kannst ja das texture pack äh ich hab auch eins drin ne ne kannst ja raus machen stimmt das wär irgendwie schlauer ne ja haha da hat jemand mitgedacht ach immer doch danke ach so aber schnell wieder grafik hochschrauben ach fancy und naja ist immer noch scheiße aber ist schon besser können sie das fateful ausprobieren hat halt mehr pixel das sieht etwas besser aus warum warum und zwar nicht so viel perform das finde ich ja geil hä es kommt doch auf den pixel an und ich wie es irgendwie die pixel gefärbt ist ja egal ja naja so 33 basic prozessor sollte eine weile reichen heyday 2 hat gestartet event krass 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 schnitt rot gewesen ist sie mit out of power weil der jetpack zu viel verbraucht könnte den reaktor an machen aber du hast nicht angeschlossen ooo der hat der hat der hat sich angeschlossen ee ääähh könnte er dann her mal ein ultimate putz solarclean die bee?s bauen tschuldigung ich habe einen reaktor gebaut ja das macht mehr ja aber der muss man der ist noch nicht verfügbar weil du ihn nicht angeschlossen hast werden in den reaktor gebaut warum soll ich mir die arbeit machen wenn ich schon die große arbeit gemacht habe ich weiß auch nicht wo ich ihn erschließen soll ans copper cable ist unkohl das englische neue sachen liquid nitrogen cooling system wir können das gar nicht storten und doch ich kann immer ich kann immer anlaufen dann kann ich einen buffer laufen lassen mal gucken wie schnell der voll läuft boom weiß immer meines Erachtens kann er gar nicht hochgehen glaube ich das ziemlich geil ist naja das sagt sie welt das sagst du jetzt so er kann gar nicht hochgehen warte ich mache eine volle pulle volle pulle volle puller schalalalala alle an war an war an war Prozent so 16 Gold zurück jetzt das sollte erst mal erreichen so ein lieb dies ein lieb dies start okay 60 80 Grad alter alles ist ja alle das ist so krass wie schnell der hochgeht also hier hinten ich komme da unten reingucken da Achtung siehst du was ja jetzt guck mal auf Energy what the fuck 1000 rf watt alter ist das viel strom da ausgemacht alter geil oder das ist viel strom aber damit können wir die quarry komplett laufen lassen stellte aber neben die quarry ja klar ich bin jetzt noch mal um hey nein du kannst einfach ein langes kabel legen er legt erst mal ein glasfaserkabel nein nennen rf kabel die kohle braucht sowieso rf oder mj trotzdem ist es der an wie weit das ist wir haben auch ein transportpipekabel gelegt ich meine er hat trotzdem nee nicht trotzdem außerdem mit der wenn es da er ging es da es war so er ist ach so ja das ach so das ding ist ja das stimmt natürlich richtig 1 2 ich brauche 5 ich habe nur die ganzen ohrberries da auch zusammen gemanscht nach der auch unbedingt ein autograf doch soweit waren wir noch nicht was geht doch gar nicht ich habe ich das von 4 so aber bei mir sehen die lampen immer noch blau aus die haben so entweder ist mein monitor scheiße oder das spiel entweder hast du recht oder du hast recht eins von beiden und georgs lavapumpe ist im meter ja also also sagen die lava ist leer ja geil das läuft nicht mehr sch 18 tsch oder so 50 prozent ich weiß gar nicht wie viel bei mir jetzt zu voll zu gucken was verbraucht halt irgendwie kompletten ok es verbraucht hat ja liegt nicht an der grafikkarte an der leistung sondern memory einfach mal von 1600 von zweifel glaubt die limitierende bei mir memory 9 prozent 10 prozent nicht dass er der arbeit der arbeit besser von der grafikkarte ach so 8 prozent weil ich dem 10 gb gegeben habe ich hab 14 glaube ich ich schätze mal meine grafikkartenauslastung auf 30 prozent oder wahrscheinlich nicht sehr viel bei dir mit seinem wunder pc und da ist ja nicht mal meiner leider also liebe zuschauer empfiehlt vielen weiter damit die youtube-money endlich bekommt ja weil du davon überhaupt was abkriegst hey komm ich nehme euch viel auf ein format alter nö zwei counter-strike auch noch ganz selten das ist super so was habe ich die deep storage schon mal alle dass man priorität hochsetzen bei allen sand und setzlinge was haben wir noch leidens dort aber ich mach mal koppelstun kubel sand kubelstun 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 kubeln 21.000 diese hier habe ich noch gar nicht mitgekriegt so ich hab jetzt trotzdem noch export busses obendrauf sitzt einfach macht es bequemer wie heißen die welt wo man mit dem portal mit den blumen und so reinkommt weil er wo ist zwei leid der ist nicht dabei oder weiß ich nicht nee nee da ist ja auch ein tech pack und kein magie packen was er so magie jaja jetzt ja ja heiß leck mich am arsch komisch und anders aus und die schlimm ist csu habe ich noch nie gesehen gehört das ist neu jetzt neu csu ist das scheiße dass unser strom irgendwie leicht alle ist er schließt der gerade an ich bin gerade dabei aber wir sollen anschließen wenn der strom alle ist die oberglocker verbrauchen so viel strom das ist schon mal ach ne der tourt gerade sein jetpack ach ne hä ich wollte gerade sagen der herr hat schon wieder sein jetpack reingetan oder was aber warum machst du auch overclocker rein ja weil ich vorhin was schnell haben musste so kabel hey der gravel ist voll scheiße hier jedes mal wenn ich unten irgend das bau fliegt jetzt zeug runter er muss aber alles weg machen es war sowieso eine fehlgeburt der graviere kabel so so protection an berlin an pp der diamanten masserieren das ist so wunderschön aus wenn das hier runter gedreht kommt wir halten es den diamanten masserieren wort er lassen das wasser kabel sind expensive ein knopf ich habe das untergelegt guck mal nein ich guck jetzt nicht der hv kapazitator sieht bei mir voll komisch aus die bilder unsere wenn diese ganzen zum beispiel vom vom power suit diese ganzen items sehen voll komisch aus das seien wort bei mir ist es ein gelber eimer was zum beispiel oh nein komm me system sieht aus alles wie irgendein stuff aus tinkers also zeigen zum beispiel der eine ist what alter doodle nicht die schon wieder geh mir weg damit mit steht auch im gang eine turret ach ist die mine habe ich ja zugemacht ja steht halt die turret trotzdem gefährlich gefährlich aua hui hui aua das geräusch ich habe schon wieder was reingefallen ich hasse das loch auf jeden fall habe ich noch viel geschafft diese folge oder ich habe zwei deep story students angeschlossen und gebaut okay du hast mir gezeigt was neu ist aber war doch eigentlich ganz gut ne also vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal meine freunde tschüssi